Musik 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 Ja, wir halten unsere Fahne schön gedroht in den Dienst und danken, dass wir das auch hier sind. Wir haben die Leistung, die durch Wünsche in der Vergangenheit. Lieber Harald Wurzinger, ich bin der Heimel, Vorstand, Geschäftsführung, vor allem auch Spieler, Trainer, Haka an Ihren großen Anteilen, genauso wie unsere Fans. Sie haben mit Ihrer gigantischen Unterstützung über diesen, dieses Wortes Koppelangläuter Umzug, vom Profil hierher, einen reinen Traum wirklich eingehen lassen. Und wer das gerade gesehen hat, der kann nur sagen, die Verlücker sind in Ihrer Koffersalina angekommen. Vielen Dank, Herr Schüttler, den Vorliegen der Fahne. Oh, der wollte mehr sagen. Oh, der ist jetzt noch nie. Oh, der wollte mehr sagen. Oh, der ist jetzt noch nie. Vielen Dank.